Giant Rock präsentiert Bone Wars, ein neues mittelschweres Strategiespiel von Oak-Autor Wim Gosens. 1877 lieferten sich die beiden berühmten US-Paleontologen Edward Cope und O'Sniel Marsh einen außer Kontrolle geratenen Konkurrenzkampf. Die große Dinosaurierjagd. Bone Wars versetzt dich zurück in diese Zeit, in der du dein eigenes Team von Paläontologen leitest, die durch sechs Bundesstaaten reisen, um Knochen auszugraben, neue Spezies zu entdecken, Camps zu errichten und mehr. Dein Ziel ist es, Abhandlungen für den Pantheologen zu veröffentlichen, den du unterstützt oder die der anderen zu widerlegen. Baue dein Wissen über die verschiedenen Spezies aus und fülle dein Archiv, damit sie dir auch immer größere Belohnungen einbringen. Beobachte, wie das Spiel verläuft und überdenke vielleicht sogar deine Loyalität und deine Rivalen zu überlisten. Bone Wars ist ein originelles und schönes Strategiespiel für eins bis vier Paläontologen, das dich und deine Spielgruppe vor eine spannende neue Herausforderung stellt.